Ja, ja, so wie, hey, Tobi mal. Ich bin mein Licht schon wieder an, sag mal. Finde, Alter, ich's schlug. Oh nein, die ist nicht gut. Ah, ich bin gespannt. Oh nein, ich verlaufe ich mich. Oh, die ist cool, die ist cool, die ist cool. Ich konnte nicht so schnell gucken. Ich bin verloren. Ach ja. Viraxu macht Dings. Nicht schlecht. Viraxu macht das Dings. Das Dings, die Ansage geht grad, ich hab'n vollen Mund. Obblblblbl. Stoß' ich mir bitte den Kopf an, lieber. Ich nutze grade ein paar Katjes. Hab Hunger. Man möge's mir verzeihen, bitte. Okay, also hallo und herzlich willkommen zurück zu TTT. Ähm, mit... Ich sag' nein. Was? Wie allgemein? Also nur, hallo? Voll vermasselt. Ich sag' in der Schiff. Ey, du hast falsche Ansage gemacht. Du musst die allgemein machen. Äh, ist das geil. Ist das geil. Da hinten ist übrigens Psycho, wo du grad dahin gehst. Mhm. Schilling-Rola, wo bist du? Bleib von Psycho. Du weißt die Quille. Nee, nee. Schilling-Spielder waren wir in F-13. Das ist ein anderes Spiel. Hier sind wir kein Schilling-Spielder. Ach so, selbiges hat übrigens wieder ein Update gekriegt. Ach was, ähm, wir müssen unbedingt ausprobieren, ob mittlerweile, ähm, der Raum wieder funktioniert. Dass man ganz, ähm, ja, der, äh, hier, der, ähm, ja, der Server-Raum, dass man zusammen wieder spielen kann, ne? Mhm. Dass es wieder funktioniert. Ja, genau. Hier kommen so viele Leute! Aber wenn die Serverräume jetzt wiedergeben, könnte man ja wieder spielen. Also wir können immer noch die Sieg spielen, aber auch F-13. Ich hab ne Kack-Waffe. Ich wurde fast zerquetscht, warum? Deswegen bin ich es nicht. Weil Psycho da drin ist. Was? Ich weiß nicht, wer das zugemacht hat. Äh, das ist voll die Behauptung. Das stimmt doch überhaupt nicht. Was? Wer bist du? Psycho. Ich, wo war ich da drin? Psycho, was ist das für eine Pistole in der Hand? Ganz normal eine Pistole. Schieß mal gegen die Wand, nicht gegen mich, gegen die Wand. Ja, okay. Okay, alles klar. Ja, okay. Oh, dieses Misstrauen, das tut mir im Herzen weh, ganz ehrlich. Ja, wir auch. Wir auch. Wir auch. Hahaha. Ich hab immer noch keine anständige Waffe. Ich verleck mich doch. Ich hab mit so einer billigen Pistole rum. Wie tief. Ah, ich erinnere mich, was das ist. Scheiße. Kacke. Ich find hier nichts. Also es waren hier definitiv mal mehr Waffe. Ja, von Tobi, 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 Tobi. Ja, aber guck mal, ich hab ne, auf die Entfernung. Ja, okay, das ist, das ist wahr. Ey, ist so hoch. Oh, da wird geschossen, da wird geschossen. Oh, ich muss weg von hier. Oh, ich leg da noch. Äh. Ja, wie erstaunlich, Tobi legt noch. Äh. Hm. Okay, Nuka ist echt gut, aber ich kann den Roku nicht. Ich kann echt mit ne normalen Pistole rumlaufen. Na toll, ist ja viel besser jetzt. So. Oh, ah, Roku ist es. Okay. Okay. Er ist unsichtbar. Er hat diesen Deft-Ding. Ah, okay. Damit ist er unbesiegbar, einfach nur. Ja, das ist so fies, ey. Wie die Nuka zu mir gespawnt ist, das war der Hammer, ey. Ich war so überrascht. Bin ich zu dir gespawnt? Ich bin gelaufen. Ja, aber das sieht wie Spawn aus. Also dieses Laufen, das siehst du nicht. Das ist wie Spawn, so wusch. Wie bei Flash. Das Beste ist, wenn du selber Chatter bist, dann hast du das Gefühl, du bist einmal kurz Predator. Ja. Das glaub ich. Das glaub ich, ja. Nuka? Zeig auf. Wieso ist denn, wieso ist denn Tobi so? Was? Hast du mir nicht zugehört? Er hat was mit Roku hier. Niemand hört hier zuhören. Moment, Moment. Hast du mir nicht zuhören? Niemand hört zuhören. Also Roku war hier grade, ne? Ja. Warum habt ihr euch nicht umgebracht, ihr? Keine Ahnung. Ich wusste es. Halt! Roku war was da schon. Hä? Wo ist er denn? Wo ist denn Roku? Na, warte. Wenn ich den sehe. Heißte. Hä? Okay. Viraxo, schwer verletzt. Aber ich bin's nicht. Wer ist es? Der Spinner hier. Sehr schön. Äh, Notura? Entschuldigung. Ich bin kein Träter. Alles klar. Ich hab ihn kalt gemacht. Oder Viraxo geht zu schnell. Bin mir nicht sicher. Oh. 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 Sorry, Viraxo. Sorry. Ja. Scheiße. Tut mir leid. Ah! Nein! Hä? Okay. Behalt'n jetzt schon genau mich. Okay. Tobi oder Anuka. Träum weiter! Träum weiter! Sag ich mal, Viraxo. Ne. Tobi oder Anuka. Fick dich doch. Ich färg dich! Ey, Ruko, seit wann bist du denn so nachlässig? Ja, ey, ich hab nur ein halbes Magazin und sowas gehabt in der Mac-10. Und, ach, kack mal. Du hast doch ein Traitor-Menü, bitte! Ja, da hatten wir ja auch schon mal gekauft. Ne, ne, das akzeptiere ich nicht. Alle schön in einer Reihe. Alle gucken so um die Ecke. Alle schön abgeballert. Ich wollte grad auf dich schießen, Nuka. Ja, ich war dir zuvor gekommen. Boah, Mann, endlich. Du hast doch bloß dich abgeschossen, ey. Oh, und die Nuka so hinten. Ich hab ja angefangen, auf dich zu schießen, weil... Weil ich, ähm... Ja, weil ich dachte, dass du Traitor bist, weil du auf... Jemandes vorher mit hast. Ja, das hab ich leider erst zu spät gesehen. Ja. Was geht? Ja, ja, schieb jetzt schon Panik! Schieb jetzt schon Panik! Ja, ich hab mich nur erschreckt. Entschuldigung. Man wird sich auch mal erschrecken dürfen. Nein, vor allen Dingen von mir, ey. Ja, du bist sehr schrecklich. Boah! Boah! Aber so hart von, ey. Juh! Ich bin sehr schrecklich! Äh... Ey! Hörst du wohl auf?! Nein. Hör auf! Hör auf! Was kommt denn? Geh weg! Boah! Einfach weil du es verdient hast. wir machen immer das falsche ihr nehmt bestimmt gerne den Zug und dann möchte ich euch helfen ich hab gar keinen Zug gesehen doch der kam aber nur ganz kurz weil das so schnell geht das wäre ganz kurz ja ja bling und dann war es vorbei oh ja ja bling und dann war es vorbei schöne Runde sehr schön eine sehr kurze aber sehr sehr schön und direkt 5 Bündchen bekommen für nur eine Runde was ist denn das im Hintergrund sag mal ah geil ich hab ne geile Waffe endlich ne geile Waffe ich sehe den ganzen Müll der hier rum geil oh ja Luca du hast örtliche hässlichen Geräusche was hab ich? örtliche hässlichen Hintergrundgeräusche ja du hast das Radio an oder irgend sowas ich? ganz ganz schlimm ja ja es kommt eher von Tobi oder? eh genau ne du musst immer Luca anwenden wenn das Geräusch kommt echt also Gott Au warte mal ich bleib mal stehen also nur wenn ich spreche oder was? ne auch wenn er nicht spricht nur wenn die anderen sprechen ja ja nur wenn die anderen sprechen ja ja was ist denn? wow ich hab ne Rauchgranate gefunden Wahnsinn super sind das vielleicht Stimmen? das ja hör mir die Rückkopplung an ja hör mir die Rückkopplung an irgendwie ja aber das kann doch gar nicht sein weil wenn ihr sprecht gehts mein Dings an warum? das dürfte eigentlich gar nicht Woll ich mal noch was? der ist grad nix ja doch doch wieder ja warte mal warte mal ich der ist doch mal ja immer noch hä seit wann du bist denn? boah ist kaum Munition Bullshit das ist jetzt echt merkwürdig das ist jetzt echt merkwürdig warte mal ich geh mal kurz aus dem Dings raus mhm ok ist hier tatsächlich ja jetzt ist alles super vom Ton her oh hier ist dann wie einer ok ja ne ist immer noch ja hä warum keine Ahnung ich hab nichts dran gedreht oder sonst irgendwas das ist wirklich merkwürdig das ist wirklich merkwürdig und normalerweise dürfte ja mein Mikko wenn ihr spricht gar nicht angehen ja ja wie rags ist es was ich bin hinter dir? ich bin vor dir wein achso achso ja ich bin so allein wo bist du denn Roku? weiß ich nicht ok dann bleib doch allein wir sind alle Ewigkeiten so Tobi liegt hier ganz schön er ruht sich ein bisschen aus er lebt denn noch er wird schon wieder ich also Tobi kommt wieder äh wo man ihn wiederbelebt muss ich gleich mal gucken haha ich lebe auch noch ja machen wir gleich noch mal ne Pause oder? ja ich bin ehrlich gesagt schon ein bisschen müde mein Mikko auch ich brauche ja feiern wir mal ja gut ja ja und ja ach ja 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 Hallo? Hallo? Ja? Hallo? Ja? Hallo? Wir leben noch? Ich? 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 Noch? Noch lebe ich? No 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 Wieso gehst du denn da weg? He? Weil ich da hinten nicht dahin will? Ich möcht lieber äh Oh hi Delfin 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 Psycho, bist du ruhig jetzt Dahinten ist jemand? Ich schieße mal kurz die Scheibe und bin kaputt Ah, Weln Blablablabla Achso Blablablabla hihihi Ahem Tiptickl Das ist Tobi, ne? Ja Aaw Falle nicht Ah Hahahahaha Höh Hi hi ich hab das bedürfnis gehabt ich habe sie aber nicht mehr gesehen alle beide hier oben das glaube ich jetzt nicht alle drei hier oben ah ja nächste runde noch machen wir dann gleich noch mal eine pause damit nur gar das problem behoben kann oder also ich bin schon ein bisschen müde also manchen ich würde ganz gerne auch feierabend machen ja dann kann ich das dann kann ich das ganze in ruhe beheben ja aber ich glaube jetzt ist es nicht mehr oder da kommen dann letzte runde und dann machen wir erstmal einen cut hier wie jetzt ist es nicht mehr ne jetzt ist es nicht mehr jetzt wo wir aufhören wollen ist es jetzt ist es wirklich weg oder was jetzt ist es weg ja ja ist es hat das jetzt an einem map gelegen oder was wohl an deinem lebendigen zustand ach was na toll letzte runde ich bin innocent ey wie witzlos achso wir sind traiter wer ist weiter wer ist weiter wer ist weiter der tobi rennt eins schon wieder so hinterher der tobi naht ist er ja ist er das war so verdächtig also musste ich jetzt sagen so rennst du denn hinter mir her ey alles gut ich wollte an dir was ausprobieren ist das schön ich wollte aber erst mal eine waffe in der hand haben luca wenn du jetzt doch bist bin ich aber enttäuscht komm hoch her pass auf Roku ist es er muss es jetzt sein in der letzten runde jetzt toll ich hab die scheiße waffe in der hand damit werde ich Roku bestimmt kriegen ach scheiße nachladen ja dann komm komm wieder her hier ist Roku er ist es ich hab keine muni mehr ausreich was hast du denn da ich hab keine muni mehr scheiße jawoll war dich zu töten ey du bist auch fast unsterblich ich kann das ja echt wahnsinn ey geil drauf geil lustig alles klar alles klar gute Sache verabschieden wir uns für diese Session jo machts gut Leute tschüss 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 oh man oh man